moin leute und herzlich willkommen hier auf meinem kanal daddelbuddy herzlich willkommen youtube zu so super mario party für die nintendo switch immer noch mini spiele ohne ende in der mini episoden edition heute auch wieder gesponsert von dem geserfer aus der dose und geserf ist ja auch wirklich name ist auch wirklich programm weil nicht so meins ich hab's geschenk gekriegt vielen dank grüße gehen raus falls ihr mal sehen solltest aber monster muss ich nicht haben das hier auch jeder bescheid war ich wieder heraus und wir sehen uns heute folgendes spiel an was ihr damit kohle zu tun hat blitz schnell zum großen geld natürlich ja dann auch dieses nur kohle letzter zeit nur kohle die meisten münzen sammeln wenn die sumo brüder mit einem blitz erwischen verlierst du münzen okay das brauchen wir die üben wir sind selber wario super mario salina und die die kong unsere kontrahenten im modus sehr stark und nun viel spaß leute was haben wir denn kohle ein habe ich zwei habe ich wo schießt er die hirn die dinger das sieht gut aus für mich das sieht ganz gut aus naja unentschieden 13 13 leute ich wurde mich einmal getroffen mario gut gesammelt und somit ein unentschieden zwischen mir mario und super mario dem naja kleinen was ist das der cousin sind die irgendwie verwandt ich glaube schon muss ich mich mal mit beschäftigen leute ich danke euch fürs reinschauen ich will mich hier noch mal gebühren verabschieden in großer anständiger art und weise leute danke euch daumen hoch wenn es euch gefallen hat blitz schnell zum großen geld war heute das thema und ich wünsche euch noch alles gute viel spaß beim zocken bleibt gesund bis zum nächsten mal euer daddelbuddy